Heute habe ich einen besonders spannenden Gast hier bei mir in Spandau, wenn auch nur digital. Er ist ein Urspandauer, gelernter Versicherungskaufmann und bereits seit 1989 Mitglied der CDU. Von 2011 bis 2016 war er Generalsekretär der CDU Berlin, von 2014 bis 2017 Großstadtbeauftragter der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Er war von 2017 bis 2019 stellvertretender Landesvorsitzender. Seit 2019 ist er unser Landesvorsitzender in der CDU Berlin und darüber hinaus Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Nicht zuletzt ist er mein Vorgänger im Wahlkreis Spandau und Charlottenburg-Nord und jetzt Spitzenkandidat der CDU Berlin für das Amt des Regierenden Bürgermeisters bei der Wahl am 26. September. Bitte heißt mit mir ganz herzlich willkommen Kai Wegner. Willkommen bei Juj Jialo Kai. Ich freue mich tierisch, dass du heute mein Gast bist. Wir haben noch 64 Tage bis zur Wahl. Wie geht es dir heute? Wie fühlst du dich? Ich bin wirklich weiterhin hoch motiviert. Dieser Wahlkampf macht mir total Spaß. Wir haben ja eine Superwahl, eine Bundestagswahl und eine Abgeordnetenhauswahl und zugleich auch nochmal eine Spandau-Wahl. Die gibt es ja auch noch. Also drei Wahlen im Kern. Und was ich wirklich merke, mehr und mehr die Zustimmung für die CDU wächst auf allen Ebenen. Die Stimmung bei den Leuten ist gut. Und ja, ich stelle auch fest, dass immer mehr Menschen wirklich einen politischen Wechsel wollen. Und das ist ja auch notwendig. Gerade in Berlin ist das notwendig. Und bei der Bundestagswahl, Joe, das merkst du ja sicherlich auch und mindestens genauso doll wie ich, da ist eine gute Stimmung für die Union. Weil Experimente gerade nach einer Pandemie oder in der Pandemie, wir müssen ja da noch raus, das wollen die Leute nicht. Und da setzt man dann doch auf Verlässlichkeit. Und dafür steht die Union und Armin Laschet. Kai, wir hatten ja vor kurzem unseren Parteitag, bei dem wir dich als Parteichef wiedergewählt haben und als Spitzenkandidaten eindrucksvoll bestätigt haben. Wir haben einen neuen Landesvorstand gewählt. Wir haben den Berlinplan verabschiedet. Und der Berlinplan ist insbesondere deshalb wichtig, weil wir, wie du auch richtigerweise gesagt hast, die BVV-Wahlen haben, die Abgeordnetenhauswahlen haben, Bundestagswahlen haben, Bezirksbürgermeister wählen und natürlich dich als regierenden Bürgermeister sehen wollen. Du hast ja im Kern schon nach der Übernahme des Vorsitzes der Partei die Partei nach außen hin geöffnet. Und das sieht man auch an der Aufstellung der Liste für die Bundestagskandidaten, aber auch nach innen hin. Spürt man die Diversität, die durch dich Einzug erhalten hat in diese Partei. Und gleichzeitig hast du auch eine klare Abgrenzung zu den äußeren Rändern hin vollzogen. Was treibt dich persönlich an? Mich treibt persönlich an, dass ich möchte, dass es Berlin gut geht, dass es den Berlinerinnen und Berlinern gut geht. Und ich glaube, dass wir hier so viel Nachholbedarf haben nach fünf Jahren Rot-Rot-Grün, wo Berlin doch so viele Chancen hat eigentlich. Und diese Chancen einfach nicht genutzt werden von diesem Senat. Die Menschen gegeneinander ausgespielt werden, Fahrradfahrer gegen Autofahrer, Vermieter gegen Mieter, Innenstadt gegen Außenbezirke, Sicherheit gegen Freiheit. Und das will ich alles nicht. Ich möchte, dass diese Stadt sich toll entwickelt und dass die Berlinerinnen und Berliner, die heute hier leben, aber auch die, die zukünftig noch zu uns kommen, dass die sich in dieser Stadt wohlfühlen. Und dass Berlin funktioniert. Und ich möchte auch nicht, dass ich immer wieder, ich durfte ja jetzt viele Jahre, lieber Joe, im Bundestag arbeiten. Und ich möchte auch nicht, dass viele Kollegen auch auf Bundesebene mir immer sagen, Mensch, Berlin ist ja eine tolle Stadt irgendwie. Aber irgendwie so, ach Mann, ihr kriegt das ja wieder nicht hin und das wieder nicht und warum und so. Und das möchte ich nicht. Ich möchte einfach, dass die Menschen in ganz Deutschland auf Berlin schauen und sagen, boah, Wahnsinn, wie die das hinbekommen haben. Eine tolle Stadt. Da sind wir richtig stolz auf diese Hauptstadt. Und davon profitieren ja am Ende auch die Berlinerinnen und Berliner. Und das treibt mich an. Und warum ich genau deshalb auch dafür sorgen will, dass die CDU sich weiter verändert, das hast du ja in deiner Fragestellung letztlich auch nochmal angesprochen. Ich glaube, dass die Berliner CDU sich in der Tat verändern muss. Berlin hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Berlin ist wirklich eine internationale Metropole geworden. Bund, vielfältig, schnell, ja, von Weltrang im wahrsten Sinne des Wortes. Da kann die CDU nicht stehen bleiben vor 20 oder vor 30 Jahren, wie sie war, sondern die CDU muss sich auch verändern. Und diesen Weg gehen wir in aller Konsequenz. Und da ist immer noch Luft nach oben. Ich bin ja auch noch nicht am Ende. Aber ich glaube, die Richtung ist die richtige. Und mit unserem Berlinplan machen wir absolut deutlich, dass wir die Themen der Zeit erkannt haben und dafür auch gute Lösungen bieten. Nun willst du das wichtigste Amt bekommen, das Berlin zu vergeben hat. Du willst regierender Bürgermeister werden. Warum braucht Berlin so dringend einen Politikwechsel? Na, weil die letzten fünf Jahre gezeigt haben, dass es an vielen Stellen eben nicht besser geworden ist. Ich finde, die Stadt wird immer tiefer gespalten. Es gibt eine Klientelpolitik. Es ist so, ich habe immer so das Gefühl, es geht nur noch um kleine Einzelinteressen. Und das große Ganze, das Gemeinwohl, alle Berlinerinnen und Berliner sind völlig aus dem Blick geraten. Und ich merke das auch bei meinen ganzen Gesprächen, wenn ich in Berlin unterwegs bin. Ich mache so eine Bereit-für-mehr-Tour durch ganz Berlin. Und was ich bei den Gesprächen ganz oft merke, ist, ich werde von der Politik doch gar nicht mehr ernst genommen. Und die Entscheidung, die der Senat Rot-Grün getroffen hat, das hat ja mit meiner Lebenswirklichkeit gar nichts mehr zu tun. Und darüber entsteht natürlich Politikverdrossenheit, auch Parteienverdrossenheit. Und deswegen glaube ich, das müssen wir endlich ändern. Und ich kann mich auch noch gut erinnern an die Zeit. Die SPD hatte mal einen Finanzsenator. Die SPD will sich nicht mehr daran erinnern. Der hieß ja damals Thilo Sarrazin. Und der Thilo Sarrazin hat Berlin immer verglichen so mit Bielefeld. Da gab es mal Schartz und wie viele Lehrerinnen und Lehrer hat Bielefeld und wie viele hat Berlin. Und dann wurde es gleichgesetzt. Es gibt ganz viele tolle Städte in Deutschland. Bielefeld ist bestimmt auch eine schöne Stadt. Und Paderborn und was es so alles gibt. Aber der Anspruch Berlins als internationale Metropole, mit Verlaub, darf nicht Bielefeld oder Paderborn sein. Der Anspruch Berlins muss sein, sich mit den großen Metropolen Europas zu vergleichen. Mit Paris, mit London, mit Rom, mit aufstrebenden europäischen Metropolen. Und da deckelt der Senat alle Chancen. Nicht nur durch den Mietendeckel, wo ja auch keinem wirklich geholfen wurde, sondern wenn ich an unsere Bildungseinrichtungen denke, die Schulen, die Kitas. Wenn ich an die Berliner Verwaltung denke, an die Mobilität. Berlin ist Stauhauptstadt in den letzten Jahren wieder geworden. Also alle Probleme sind größer geworden. Das Gemeinwohl ist nicht mehr im Blick. Nicht mehr das Hauptinteresse der aktuellen Politik, des Rot-Rot-Grünen Senats. Und das muss geändert werden. Ich will, dass wir die Chancen dieser Stadt optimal nutzen in allen Bereichen. Und dass wir jedem Chancen geben. Ich wurde mal gefragt, Joe, was wäre so dein Wunsch, wenn du etwas morgen beschließen könntest? Was würdest du sofort umsetzen? Und das darf auch eine Fantasieforderung sein, hat man mir gesagt. Und ich habe gesagt, ich würde dafür sorgen, dass jeder optimale Chancen hat, seinen Traum zu leben. Seine Träume zu verwirklichen. Die Menschen haben unterschiedliche Träume. Und da Möglichkeiten zu schaffen, das ist mein Anspruch für Politik. Und das mag sich jetzt ein bisschen hochtramend anhören. Aber ich glaube, wenn wir Berlin zu einer Stadt machen, wo die Menschen ihren Traum verwirklichen können. Ob sie Gründer sind, ob sie im Alter hier Kultur genießen wollen, ob sie hier einen Arbeitsplatz wollen, ob sie forschen wollen, ob sie studieren wollen. Das wäre mein Wunsch, dass Berlin eine Stadt wird der Chancen, wo man seinen Traum leben kann. Jetzt hast du ein bisschen die Frage vorweggenommen, die ich jetzt eigentlich gehabt hätte. Weil tatsächlich ist es so, dass nach meinem Empfinden diese Stadt schon gespalten ist. Dass es nämlich immer tatsächlich so ein Gegeneinander zwischen Radfahrern und Autofahrern gibt. Dass es bei der Bildung ein Gegeneinander zwischen den digitalen Vorreitern und den Bedenkenträgern und Verhindern gibt beim Wohnen, Mieter gegen Hauseigentümer. Und da wollte ich dich ja schon fragen, wie kriegen wir eigentlich dieses Gemeinschaftsgefühl wieder hin, für das eigentlich Berlin steht. Du hast es zum Teil beantwortet, aber vielleicht kannst du es noch präzisieren. Ich glaube, dass Berlin, Berlin war immer stark, wenn die Berlinerinnen und Berliner zusammenstanden. Und das hat ja unsere Geschichte gezeigt. Und was hatten wir für schwierige Situationen in unserer Geschichte. Mauerbau, vieles, vieles mehr. Aber wenn die Berlinerinnen und Berliner zusammenstanden, haben wir fast alles geschafft. Und das bedauere ich so sehr, dass jetzt diese Spaltung stattfindet. Und die Spaltung findet ja nicht mehr zwischen Ost- und Weststadt, sondern wirklich zwischen unterschiedlichen Gruppen. Zwischen Innenstadt und Außenbezirken. Und das ist so schade, weil Berlin braucht eine attraktive, eine pulsierende Innenstadt. Das ist ja gar keine Frage, das will ich auch. Aber Berlin braucht auch starke, leistungsfähige Außenbezirke mit einem guten öffentlichen Personennahverkehrsanschluss, mit vielen Angeboten, weil ja auch viele Berlinerinnen und Berliner dort leben. Und was wir übrigens auch brauchen in dem Zusammenhang, ist endlich mal eine klare Vision, wie wir uns vorstellen, die Zusammenarbeit mit Brandenburg. Weil ich glaube wirklich, dass Berlin für die Weiterentwicklung Brandenburg braucht. Und Brandenburg braucht übrigens auch Berlin, weil bestimmte Ansiedlungen, die zurzeit in Brandenburg stattfinden, würden ohne Berlin gar nicht funktionieren. Und deswegen brauchen wir einander. Und hier die Wirtschaftsförderung, auch im Bereich der Bildungspolitik, aber im Bereich der Sicherheitspolitik, im Bereich der Vermarktung der gemeinsamen Regionen. Da muss es viel mehr Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg geben, zwischen der Hauptstadtregion. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Aber du hast konkret gefragt, wie man sich das vorstellt. Sowas kriegst du ja nicht mit einer Maßnahme hin, mit einem Gesetz oder so. Sondern ich glaube, das muss man einfach leben. Das muss politisch wieder gelebt werden. Wenn ich immer dieses Gegeneinander sehe, jetzt am Rot-Rot-Grünen Senat. Weißt du, nehmen wir mal das Thema Wohnungspolitik. Du hattest auch gesagt, Mieter gegen Vermieter. Das findet ja so statt. Wir haben ein ganz schlimmes gesellschaftspolitisches Klima, dass Menschen, die in Wohnungsunternehmen, übrigens auch bei städtischen Gesellschaften, selbst bei Genossenschaften, dass die sich kaum noch trauen zu sagen, dass sie in so einem Wohnungsunternehmen arbeiten. Weil das gesellschaftliche Klima mittlerweile so aufgeheizt ist. Und so kurz vor einer Wahl stellt dann der jetzige noch regierende Bürgermeister fest, man braucht doch mal so ein Bündnis für bezahlbares Wohnen und man holt mal alle an einen Tisch. So, das hat man fünf Jahre nicht gemacht. Und das werfe ich dem regierenden Bürgermeister und der Rot-Rot-Grünen Koalition auch vor. Man macht das jetzt alles 100 Tage vor der Wahl. Ich fordere das seit zwei Jahren, seitdem ich jetzt Landesvorsitzender bin. Laut, davor habe ich es auch schon gefordert. Aber seitdem ich Landesvorsitzender bin, wird es auch ein bisschen wahrgenommen oder mehr wahrgenommen. Aber warum hat man das nicht gleich gemacht? Man hat so viel Zeit verschenkt und das müssen wir alle gemeinsam leben. Und das erwarte ich auch von einem zukünftigen Senat, dass wir gemeinsam alle Partner, die am Senatstisch sitzen, erstens partnerschaftlich zusammenarbeiten, nicht immer nur streiten, wie es Rot-Rot-Grün über fünf Jahre gemacht hat. Das war teilweise unerträglich, dass man gemeinsam diese Stadt voranbringt, aber auch dieses Gemeinsame wieder lebt. Und ich glaube, dann kriegt man das auch wirklich hin, wenn man vor allen Dingen nicht nur immer die Summe der unterschiedlichen Einzelinteressen immer nur berücksichtigt, sondern das Große und Ganze wieder in den Blick nimmt. Und das ist mein Anspruch und mein Ziel. Also neben Verkehr, neben Wohnen haben wir noch ein drittes Thema, was sicherlich ein Schwerpunktthema hier in Berlin ist, das ist nämlich Bildung. Bildung und Förderung eines Kindes hängen auch immer davon ab, wo es wohnt. Also es gilt für die Unterschiede zwischen Bayern und Bremen, genauso wie zwischen Prenzlauer Berg und Herrstraße Nord. Dabei sind die gleichen Chancen und das Versprechen, mehr zu erreichen, wenn man sich richtig anstrengt, die Treiber unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft, also das Aufstiegsversprechen. Wie können wir für mehr Chancengleichheit und für optimale Förderung sorgen, und zwar in allen Kiezen und Bezirken? Ich glaube, dass das wirklich eines der Top-Themen ist. Weil wenn ich mir die Situation in Berlin anschaue, wir geben pro Kopf, pro Schülerinnen und Schüler im Vergleich aller Bundesländer somit das meiste Geld aus. Wenn ich mir die Ergebnisse aber anschaue, die Vergleiche zwischen allen Bundesländern, schneidet Berlin immer ganz weit abgeschlagen am Ende ab. Und das ist inakzeptabel, das ist nicht hinnehmbar. Das verbaut ja unseren Kindern die Zukunftschancen. Und ich habe selbst einen schulpflichtigen Sohn. Ich will, dass diese Kinder wirklich faire und gerechte Chancen haben, ihr Leben zu gestalten, gut vorbereitet zu sein, für eine Berufsausbildung nach der Schule oder für ein Studium. Und da mache ich mir zurzeit echt Sorgen. Und ich glaube, wir haben ja in den letzten Jahren, gerade jetzt auch unter Rot-Rot-Grün, wieder zahlreiche Schulstrukturreformen erlebt. Also die einen sagen Schulstrukturreform, Rot-Rot-Grün. Ich würde das ehrlicherweise Experimente auf dem Rücken unserer Kinder nennen. Immer wieder wird irgendwas Neues probiert. Und ich glaube, das Wesentliche fällt dabei völlig runter, nämlich die Qualität. Und ich wurde letztens mal bei einer Diskussion gefragt, Herr Wegner, welche Strukturreformen von Rot-Rot-Grün drehen Sie alle zurück? Und da habe ich gesagt, ich würde gerne fast alle zurückdrehen. Ich werde aber keine zurückdrehen. Weil erstens, glaube ich, brauchen wir ein Stück weit Ruhe an der Berliner Schule. Wir brauchen eine gewisse Verlässlichkeit für Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrkräfte, aber insbesondere auch für die Eltern, die jetzt in Corona auch echt so viel mitgetragen haben und echt Wahnsinniges, Unmenschliches ja fast geleistet haben. Dieser Druck war ja enorm, den wir alle im Homeschooling und so weiter erlebt haben. Und ich habe das ja auch selbst erleben dürfen. Sondern was ich will, ist, dass wir eine Qualitätsdebatte führen. Wie kriegen wir die besten Lehrerinnen und Lehrer an unsere Schulen? Wenn ich mir anschaue, und ich kenne ja auch ganz viele, die auf Lehramt studiert haben, die haben angefangen in der Berliner Schule und sind mittlerweile in anderen Bundesländern, weil sie dort andere Arbeitsbedingungen haben. Und dann fragt man sich, warum ist das so? Naja, wenn alle Bundesländer die Lehrerinnen und Lehrer verbeamten und Berlin das einzige Bundesland ist, was es nicht tut, dann muss ich mich doch nicht wundern. Und ich kann mich nicht so abkoppeln von Gesamtdeutschland und meinen, in Berlin kann ich eine Sonderrolle spielen. Das funktioniert nicht. Und deswegen müssen wir schnellstmöglich zur Lehrerverbeamtung zurückkommen, damit die besten Lehrerinnen und Lehrer wirklich auch an unseren Schulen bleiben. Für die Berlinerinnen und Berliner, für die Kinder in unserer Stadt hier den Unterricht machen. So, zwei Drittel der Neueinstellung an den Berliner Schulen sind Seiten- und Quereinsteiger. So, ich glaube, dass Seiten- und Quereinsteiger bestimmt eine gute Ergänzung sind. Die brauchen wir auch in unseren Schulen. Das ist doch gar keine Frage. Ich will die gar nicht schlecht machen. Aber es hat ja seinen Grund, warum Pädagogen lange auf Lehramt studieren müssen. So, und von daher sind Seiten- und Quereinsteiger eine gute Ergänzung. Aber die Hauptlast dieser Bildung, das sollten schon ausgebildete Pädagogen leisten, wie es auch in anderen Bundesländern passiert. Das andere, was ich meine mit Qualität, ist, dass wir mal über unsere Lehrpläne gehen müssen. Also, wenn ich mir anschaue, wie viele Kinder oder Jugendliche die Berliner Schule verlassen ohne Schulabschluss, dann geht das nicht. Und wenn ich mir anschaue, wie viele Kinder die Grundschule verlassen, ohne wirklich lesen, schreiben und rechnen zu können, dann sind das Sachen, die auch inakzeptabel sind, weil die werden kaum eine Chance haben. Weder auf der weiterführenden Schule, noch irgendwann später auf dem Arbeitsmarkt. Und so, und damit verbauen wir denen ja die Chancen. Also, eine Qualitätsdebatte auch mal über Rahmenlehrpläne. Wo liegen eigentlich die Schwerpunkte? Und was wir auch brauchen, ist eine Qualitätsdebatte. Wie sehen eigentlich unsere Schulen aus? Das hat ja auch was mit Wertschätzung gegenüber Bildung und gegenüber Kindern zu tun, an welche Orte ich unsere Kinder schicke zum Lernen. Und ich möchte gerne, dass die Schule ein Ort des Wohlfühlens wird. Und wenn ich so manche Schulen besuche, den Gestank, den ich dann so auf der Toilette mitnehme, den werde ich ja teilweise sieben Tage nicht los aus der Nase. Und wenn ich dann sehe, dass die Fenster undicht sind, dass Regentropfen von den Wänden und von den Deckentropfen, das sind alles Sachen, die absolut inakzeptabel sind. So, und der zweite Punkt, neben der Qualitätsdebatte, die wir führen müssen an unseren Schulen und schnellstmöglich umsetzen müssen, ist eine gewisse Verlässlichkeit. Ich höre das immer wieder von Eltern, die sagen, Mensch Herr Wegner, es wäre toll, wenn ich mein Kind in die Schule bringe, dass ich auch weiß, dass der Schulunterricht stattfindet. So, auch eine Situation, die absolut inakzeptabel ist. Und dann müssen wir uns nochmal genau anschauen, in welchen Kiezen in der Stadt, sogenannte Problemkieze, ich mag das Wort immer gar nicht, aber so, ich nenne es jetzt auch mal so, wo muss ich dafür sorgen, dass vielleicht Klassenfrequenzen nochmal verringert werden? Weil es geht doch auch nicht, dass wenn du in einem Stadtteil geboren wurdest, der vielleicht jetzt nicht so bildungsaffin ist, dass du es dann deutlich schwerer hast. Sondern wir müssen doch auch diesen Kindern die Möglichkeit geben, ja, vielleicht aus ihrem Trott rauszukommen und wirklich diese Aufstiegsmöglichkeiten zu haben. Ich will eine Chancengerechtigkeit für unsere Stadt, aber ich will auch Aufstiegsmöglichkeiten für alle Kinder sicherstellen. Und das fängt in der Kita an, aber die Schule ist da natürlich ganz maßgeblich und hier muss sich so viel verändern und ein paar Punkte habe ich gerade angesprochen.